So leicht kann ich dich umschubsen und einseifen und im Schnee rollen. Ein Wunder müsste geschehen. Ein Retter müsste kommen. Ein richtiger Held und mich befreien. Ich bin Major Arsenjev aus Moskau. Aha, der verspätete Churgast, Dr. Aljoschi. Nach dem Winter kommt unbedingt der Frühling. Er müsste sich beeilen, Schwestern. Da, sie ist für dich. Mit Bollegas Lupe kannst du sie genau erkennen.